Bitteschön. Danke. Schmeckt's? Spreche ich Kackfresse? Schmeckt's oder nicht? Sag schon! Sag's mir, sonst mach ich dein Bruder kalt! Bitte wird, sag's ihm! Na los! Es schmeckt, es ist lecker, der Burger ist wirklich gut! Das freut mich sehr zu hören. Bitte lassen Sie es sich schmecken. Wollen Sie Ketchup? Zu Huren!